So, da bin ich wieder. Diesmal bin ich vor dem slowakischen Nationaltheater. Das ist direkt vor mir. Nett anzusehen. Ich möchte es einfach Euch nur mal zeigen. Hier übrigens das Carlton Hotel. Ich bin noch engerlich. Das hat mich noch nicht in der Kalding. Ich bin noch engerlich. Ich habe mich noch eine Zumal. Das war noch eine Allg passport. Die Kategorie der Kategorie der Kategorie der Kategorie der Kategorie, das Theater wurde 1920 nach der Unabhängigkeit der Tschechoslowakei gegründet und der Architekt diesen Theaters heißt Ferdinand Felder, der Jüngere. Bis später. Ciao, ciao.